Hallo, ich bin's nur, ja, und ist es schön, wenn die Kinder erwachsen werden, ne, wir hatten jetzt die erste Party zu Hause, natürlich ohne Alkohol, ne, das brauchen die Jugendlichen heute nicht, die sind schon blau, wenn sie kommen, die glühen vor an der Tankstelle, ja, es ist nicht so, als wenn denen da Alkohol verkauft würde, äh, äh, beziehungsweise, äh, doch, ja, die an der Tankstelle sagen sich wahrscheinlich, komm, das sind Kinder, die dürfen noch nicht fahren, da können sie mindestens saufen, ne, die müssen ja auch gar nicht viel trinken, ne, die, die führen sich da ein paar kleinere Gebinde ein, ne, schon gerät, die Statik durcheinander, für einige war es schwierig, überhaupt die Eingangstür zu treffen, und ich hoffe, dass es am Alkohol lag, weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten, das Bewusstsein niederzuringen, ne, der Mensch hat ja in allen Hochkulturen Stoffe verwendet, die das Bewusstsein ausschalten, die Sesshaftwerdung des Menschen, das ist ja kein Scherz, äh, die kam ja wegen des Ackerbaus, aber nicht, weil die da Brot draus gemacht hätten, das kam ja erst später, kein Scherz, das erste, was die mit dem Getreide gemacht haben, war gären lassen, ne, und dann in den hohlen Schädel damit, ne, bis die Rübe dicht ist, der Mensch kommt zur Welt, und irgendwann lebt er ab, und die Zeit dazwischen säuft er sich schön, oder er kauft Betelnüsse, oder er raucht komische Kräuter, ne, der Großstadtbauer auf dem Balkon, der sagt zu seiner Mutter, das ist Schlitzbasilikum, du weißt doch, Mami, ich liebe Kräuter, ne, welche Mutter kann schon Hanf von Schlitzbasilikum unterscheiden, ja, schon ist die Rübe dicht, wegen der Pisa-Studie, muss man wirklich sagen, unsere Schulen sind gar nicht so schlecht, unsere Schüler sind immer nur betrunken, bekifft, das ist das Problem, ne, jedenfalls war die erste Party bei uns ein voller Erfolg, das Wetter war schön, sie konnte also draußen stattfinden, wir konnten also das Haus retten, das war gut, und ich weiß seitdem, dass Vögel erbrochenes picken, sie müssen gar nichts machen, spätestens am nächsten Mittag ist alles weg, nur die Kronkorken müssen sie selber aufsammeln, für eine Fete ohne Alkohol waren unglaublich viele Kronkorken in den Rasen getreten, wir haben den Mädels noch unsere Briefmarkensammlung gezeigt, die sammeln heute offenbar Kronkorken, ja, auch gut, besser als wenn sie saufen. Kronkorken Vielen Dank.